Das Wetter ist derzeit wirklich ideal für Erkältungen, wie Sie vielleicht hören. Zunächst letzte Woche teilweise sommerliche Werte bis 27, örtliche 28 Grad, dann am Wochenende viel Nebel, stellenweise Temperaturen um 10 Grad kälter als zuletzt und diese Woche insgesamt wieder sehr wechselhaft. Damit herzlich willkommen zum Wetter von wetter.net. Der Montagmorgen ist vor allen Dingen im Westen schon ordentlich laut gestartet. Stellenweise gab es starke Regengüsse mit Blitz und Donner und die sind weitergezogen ins Landesinnere. Daher heute Nachmittag auch in der Mitte und Richtung Osten immer wieder einzelne Schauer, teilweise auch mit Blitz und Donner. Nach Süden hin, da lockern die Wolken im Alpenrand stellenweise auf. Hier auch am wärmsten mit Temperaturen zwischen 21 und 22 Grad und auch Richtung Lausitz werden 23 Grad erreicht. Im Westen dagegen etwas kühler, hier maximal 19 bis 20, beziehungsweise an den Küsten 15 bis 17 Grad. Die kommende Nacht, die bringt vor allen Dingen im Westen Abkühlung. Entlang des Rheins stellenweise nur einstellige Wert zwischen 8 und 9 Grad. Nach Osten, da sind die Wolken zahlreicher ab und zu Regen oder Schauer und hier bleibt es daher mit 10 bis 14 Grad auch deutlich milder. Die kommenden Tage, die bringen insgesamt sehr wechselhaftes Herbst, weil es gibt immer wieder Regen und nur selten kann die Sonne mal längere Zeit scheinen. Am Dienstag insgesamt, vor allen Dingen hier am Norden, immer wieder Schauer, in der Mitte und im Süden ab und zu auch mal etwas freundlicher, aber auch hier besteht die Gefahr, dass sich den ganzen Tag Nebel hält. Die Temperaturen maximal 20 Grad, auch am Mittwoch 14 bis 20 Grad, dazu ein Gemisch aus Sonne und Wolken und vor allen Dingen Richtung Mecklenburg-Vorpommern, aber auch hier Richtung Oberrhein immer wieder einzelne Regengüsse. Und auch der Donnerstag bleibt insgesamt sehr wechselhaft und nass, vor allen Dingen dann in der Osthälfte und die Temperaturen, ja die gehen mit 13 bis 18 Grad noch etwas zurück. Und der Trend für das kommende Wochenende, es bleibt weiterhin für die Jahreszeit zu mild, die Temperaturen liegen ungefähr um 20 Grad, ja und ein frühzeitiger Wintereinbruch, der ist derzeit noch nicht in Sicht. Das ist aber auch die einzig gute Nachricht. Und mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Tschüss bis Mittwoch.